Hallo und herzlich willkommen bei IPTV. Ich bin der Jodi. Ich bin der Mario. Und wir sind Inside Company. Inside Company ist eine Band, die noch relativ jung ist, die noch in den Startlöchern steht. Entstanden, ja, just for fun, aus einer Idee. Ich habe den Mario nach langer Zeit mal wieder getroffen. Wir haben früher zusammen Musik gemacht. Ja, dann sagt der Jodi, er hat einen neuen Song. Den habe ich mir natürlich gleich angehört und habe mir gedacht, lass uns ein tolles Musikvideo machen und den Song an die Öffentlichkeit bringen. So haben wir das gemacht und passend zum Song haben wir dann auch die entsprechende Location ausgesucht. Alter Bahnhof, Nostalgie und alte Gleise, Wackenhaus. Ja, so ein Video macht natürlich jede Menge Arbeit und hat uns riesig Spaß gemacht. Wir waren total motiviert. Deshalb freut man sich natürlich, wenn man positives Feedback bekommt und auf so einer Plattform wie Label TV so ein Video präsentieren kann. Natürlich möchten wir dann auch die Gelegenheit nutzen, die sich jetzt momentan bietet für uns, das Ganze auch ein bisschen auszubauen. Das heißt, weitere Ideen, Inspirationen, die da sind, umzusetzen. So ist zum Beispiel auch der nächste Song schon in Arbeit und für das kommende Video zu dem Song sind wir gerade dabei, die Location auszusuchen. Top Secret bis jetzt noch, natürlich. Die Ideen sind schon da, wir sammeln im Moment noch und werden dann zu gegebenen Zeit loslegen. Jetzt freuen wir uns erstmal riesig hier zu sein und wünschen euch viel Spaß mit den Top Newcomer von IPTV. Enjoy it!